Herzlich Willkommen zurück! Das lief ja sehr gut mit dem Paladin. Ja, so kann es eigentlich weitergehen. Aber ich muss auch sagen, die kleine Karte hat mir gut in die Hand gespielt, muss ich sagen. Priester, Priester, ich hasse Priester. Ich weiß noch nicht, was ich von der Starthand halten soll. Ja, wie gesagt, die Karte muss eigentlich noch raus. Das Problem ist, ich wollte nicht so hohe Karten. Wie viel kostet der Manipulator? Ich glaube 5. Ja, ich muss mir das nochmal genau überlegen. Vielleicht, ja der Manipulator ist natürlich cool. Oder halt irgendeine Karte, die heilen kann. Habe ich ja schon mal erwähnt, aber mir fällt jetzt gerade keine ein. Also, es gibt natürlich welche, aber ich meine natürlich so Karten des 3 Mana. Naja. Macht er jetzt nichts? Für eine Aktion. Sorry, ich hatte gerade einen Stift im Mund. Ja, weiß ich auch nicht. Komisch. Ich müsste jetzt übrigens zu diesem Zeitpunkt genauso viele Spiele haben. Oder eins mehr als in der letzten Season. Wir müssen jetzt kurz ein wenig Blut vergießen. Ah, jetzt habe ich hier wieder so buggy scheiße. Ja, ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen werde. Ich könnte den natürlich weg machen mit zwei Karten, aber es wäre... Ja, das ist doch kacke hier mit der Überlage. Ach, ich meine, geht schon irgendwie. Ich weiß ja, was ich für Karten habe, aber... Ja, Priester wird zum Schluss gemein mit zehn Mana, mit der Gedankenkontrolle. Hm, ansonsten, Bot clear hat er nicht wirklich, also schon für fünf Mana zwei Schaden, Heilige Nova. Könnte er jetzt natürlich auch benutzen. Im Namen des Lichts. Jetzt habe ich vier Mana. Hä? Der hatte doch Wutanfall. Warum hat denn der jetzt hier so wenig? Ist ein bisschen buggy wohl. Ob ich jetzt meinen AE benutze, ich weiß es nicht. Hm, eigentlich... Eigentlich schon, ja. Und in der Hoffnung, dass beide weg sind. Das war natürlich sehr gut. Und hat mir in die Karten gespielt. Tja, das macht mir einfach mal nichts. Ich habe ja noch irgendwo hier einen Frosch, glaube ich. Ich habe nicht genug Mana. Es kann ja nicht sein, dass der Frosch nicht rausziehen kann. Ah, da ist er. Ich muss mich nur noch merken, welche Karten ich alle habe. Also... Sind das tatsächlich alle Karten, die ich habe? Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so sicher. Das stinkt! Ja, ha ha ha! Noch kann er ja keinen übernehmen. Andererseits hat der Priester aber hier diese ganzen... Ich zerstöre einen Diener mit über 5 Leben. Und... Zerstöre... Ich habe 3 Angriff. Also, ich meine natürlich Angriff. Ja genau, die ist schon mal weg. Die kosten so wenig, die Karten, ne? Das ist echt... Na ja. Nächste Runde habe ich 10 Mana. Okay, und er legt natürlich einen Sprotter. Das ist natürlich... Das war's. Das war's. Das war's. Jetzt wäre rein theoretisch in der Anlage Karten zu übernehmen. Nur habe ich eigentlich keine Karte, die es sich lohnt irgendwie. Naja. Die Frage ist jetzt, was mache ich? Ich kann... 6 Schaden auf jeden Fall machen. Und die werde ich auch machen. Jawoll. Ja. Das lief ja gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und jetzt bin ich Level 15. Jetzt kann ich meine Karriere beenden. Nein, Quatsch. Ja. Viel Spaß mit der nächsten Episode. Tschüss. 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 Tschüss.